Alles klar, man? Nein, ich muss mal. Immer noch fünf Meilen. Die Reporterin muss offenbar kacken. Nein, ich zieh mir nur noch meine Hose hoch. Der Sender braucht Reporter vor Ort in Afghanistan. Und ihr seid die einzigen unverheirateten kinderlosen Mitarbeiter in der Redaktion. Kim, würdest du da mitmachen? Äh, beim Weinen oder Reisen? Wie viele braucht ihr denn? Sie sagt, willkommen in Afghanistan. Hier wohnen die ausländischen Reporter. Willkommen im Pfannhaus. Oh mein Gott, ist das toll, noch eine Frau im Haus zu haben. Hier in Afghanistan bist du ein Wahnsinnsschuss. In New York wärst du eine 6 oder 7. Hier bist du eine 9 mit Potenzial zur 10. Und was bist du denn hier? Eine 15? Hallo, hallo. Ja. Das Baker, das ist eine extreme Umgebung. Granate in der Kopf! Hier hat schon so manch einer mit großer Erfahrung miese Entscheidungen getroffen. Wie wären Sie mir ein Interview? Aber ich kenne Sie nicht. Wie können wir einander kennenlernen? Ja, Kim, ausgezeichnet! Das ist völlig verrückt hier. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Wir sind alle aus einem bestimmten Grund hier. Was ist dein Grund? Ich wollte raus aus meinem Job. Raus aus einem Leben mit einem depressiven Freund. Was machen wir hier, Kim? Ich wollte am liebsten alles in die Luft springen. Das sind definitiv die bedeutendsten Probleme, von denen ich je gehört habe. Abgetan! Pass auf, entweder wir reißen hier was oder wir fahren wieder. Ich brauche eine Story. Ich muss mit irgendwas auf Sendung. Das ist zu gefährlich. Finden Sie das nicht toll, all die Aufmerksamkeit? Ja, für Sie gut. Kim, zurück in den Wagen! Diese Arschlöcher wollten uns erschießen! Hurra, Baker. Sie haben Mom. Letzte Nacht, was ist da passiert? Das Übliche. Kabul ist passiert. Heute geht's Gulpara Yusofi, die erste Frau in Kabul, die den Führerschein gemacht hat auf große Fahrt. Wie ist es die... Okay. Scheiße, ein Rückschlag für alle Frauen. One, two, three, they're gonna run back to me.